hallo freunde willkommen zurück hallo hallo isi hallo und decolo ist auch gott sei dank ja da braucht man nicht darauf achten wer stirbt wir wollen in diese eine hölle gehen wo wir letztes mal drin war und den frosch verloren haben den frosch verloren und ja und den artefakt nicht gekriegt habe weil wir nicht klettern konnte diesmal aber zwei klettertier und megaterium fische team und überlegen zu sensen ja es war auch gar nicht so weit ein bisschen weiter über unser best ich habe noch den marker ich habe noch den marken weil dies mal die war auch street drauf zu den weg noch weist ich hoffe schon wir haben die tochflaschen nicht mit diesmal müssen wir auch nicht man kann immer an der oberfläche ja oder ich überlege gerade wie war das denn wir sind getaucht aber man hätte auch an der oberfläche schon können wir sind einfach so komplett rum mit umwege aber wenn du im wasser runter springt dann kannst du auch geradeaus direkt drauf gehen und dann gehst du hoch ja also ich habe siebenhundert sauerstoff mir macht das nichts ich habe gerade geguckt 170 170 ein punkt habe schon mal gegeben ich habe 190 ok streber weißt du das ist die diese eine höhle wo du mal reingeflogen bist und den ausgang nicht mehr gefunden ach dieses riesen ding ok da habe ich aber auch kein artefakt gesehen tatsächlich also ja ich ich war ja froh dass ich wieder nach hause wo ich die stelle gefunden haben wusste ich sofort ach da ist ein artefakt die die so irgendwo wir sind beim namen eingang warte mal sind wir doch hier hinten rum und dann war das beleuchtet ja ja da ist das beleuchtet da muss ja richtig drauf da stehen ja so zwei kohlepfannen stehen ja ja richtig ja ich glaube ich glaube ich habe es nicht das ist noch nicht aber ich bin drüber würde weniger so lande erst mal so wenn man die karte vergrößern das ist aber doch stücke noch ein bisschen in die richtung ja aber man sieht nix ne ne das sind ja wieder beste voraussetzungen heute ja natürlich ach guck mal hier ich hab's wir waren die ganze zeit drüber also wenn ich sie nachfliege gibt das nicht ich bin drunter geflogen ich gehe hoch da alles klar da bist du so hier unten jawohl jawohl ahja da so da kommen wir die ne pack mal die lass mal die agis in den gang dann gehen wir mal mit die tiere rein ich bin aber doch durch die ganze höhe mit magi geflogen ja wir können ja auch durch fliegen aber das mal weniger spaß ne ne wir nehmen tiere kein problem so dann gucken wir mal wie nehme ich den dann nehme ich mal die sultanine mit äh der soll mal bitte aufstehen ja die höhe ist ja groß genug für solche tiere ne absolut ja hm hä geh mal ein bisschen zurück lass mir mal ein bisschen luft so so ach komm mit am intern dann ihr schnitzel da unten und ich geh mal kurz wieder oder ich gehe mal kurz da umgucken ob der blutsche der die kiste da ist ja siehst du ich wusste doch dass eine kiste da ist ein sattel für megalania da freuen wir uns juhu ja ja megalania ist äh äh ähm kannst du auch hier zum klettern nehmen ne richtig so dann geht es ja hier wohl da rein nicht dann Sie das ist weiter die dame so hier geht hier nur der einen weg wir müssen runter ja die diese höhle ist ja riesig auch was unter wasser angeht scheinbar war diesmal die richtige tiere das lässt sich viel entspannter als letztes mit den froschen ja die können wir auch mal kreuzen hier die megaterien das ist ja menschen und weibchen deswegen heißt euer pascha und meiner so das haben wir schon gedacht dass das eine anlehnung daran ist genau hatte sich vorne runter da den schmacken gang ja aber wir können ja auch einfach ins wasser springen im wasser springen aber ich weiß können wir wissen letztes mal einfach so runter gesprungen klar ja das ist aber so und den er ist schon am tauchen wir brauchen wir müssen aber nicht tauchen wir müssen noch da hinten runter ist das hier richtig wir müssen wie die andere seite da da oben ja wir müssen glaube ich auf die andere seite von dem nenni du schon falsch ach wo ich den blöden eingang jetzt hier oder wir müssen doch da hinten unten durch weil da hinten ist es auch so schön beleuchtet ich glaube dass das ist richtig ja darum da müssen wir so da hoch und der eingang ist auf die ich gucke mal wo der eingang ist da unten drunter ist auf jeden fall ein durchgang ja aber der artefakt ist hier oben ach hier genau hier geht's hoch das habe ich gesucht so ist Kolo auch da siehst du sie so ach so da sind die auf der seite ok ich komme da hin und mich haftet megaterium ist so lange das ist die sind das sind bequeme schwimmer das stimmt schon sind da die ganze klamotten wieder kaputt komplett natürlich und der arte klar ich habe nichts muss ich nicht zum anziehen dabei alles gut wenn der gilie anziehst dann sehen die dich nicht also da nimmst du wenig schaden bis gar keinen das sind überhaupt segelmännische tiere finde ich so ein paar fledermäusen sagen wir hier bis zum war dr bis zum zu glücklich zu hab bis zum So, dann geht es hier rüber. Hier muss man die Tiere tauschen. Jetzt brauche ich die Katze. Oh, wo müssen wir denn hin? So, ich habe meine Sachen schnell repariert. Hier ist eine Schlucht. Das heißt... So, bitteschön. Jetzt müssen wir mit der Katze... Darüber. Ich warte auf Kolo, ich kenne den Weg. Ich warte hier komplett, oder? Ja, du kommst ja nicht rüber, sonst... Ich komme nicht rüber, richtig. Der fällt runter. Doch, warte mal, warte mal. Ich nehme den Frosch. Könnte auch gehen, Frosch. Skorpion hinter euch. Und Easy Creek... Ich bleibe hier, ich warte. Den Tüller. Achso, die Ersichter der Frosch, die kann ja auch hier drüber. Ja. Das Megatepum folgt dir. Folgt dir. Das ist schlecht. Oh, oh. Warte mal, kein Problem jetzt. Warte mal. Geh mal hier, so. Dann holen wir mal kurz das Schettin da raus. Zack. So, und wo ist der Tüller? Er nimmt den Frosch, geht doch auch. Achso. Den Tüller habe ich noch in der Hosen. Ja, weil mit dem Agi, du kannst nur bis hier fliegen. Also mit dem Vogel. Weiter geht nicht. Und damals, ab hier, kreditiere Schaden. Ich komme mal nicht herrum, wo du da bist. So. Kommen die von alleine Schaden? Nee, im Moment kriegen die, nee, das ist irgendwie abgestellt. Und jetzt müssen wir irgendwie. Ja, letztens war da immer. Sicher durch die gebrochene Wand. Da ist. Hier ist nix. Es läuft. Terrazino-Sattel. Es war Terrazino? Ja. In blau. In hellblau. Hier oben ist der Artefakt. Wo zum Hänkern bist du? Ich sammle die doch erst mal ein. Ja, warte. Ich hole den Artefakt und dann zeige ich dir den. Und hier kann man kein Enterhack benutzen? Nein, so war es früher. Also, früher war es so, ja. Du musst im Prinzip Jump in One machen oder einen Thüler benutzen. Ich komme zu dir. Hier unten glüht es zwar schön, aber drinnen ist da nix. Siehst du den Pool hier? Ja, ja. Da war ich ja gerade drin. Du musst mit dem Thüler, musst du die Wand nach oben klettern, wo die Bögen da oben sind. Okay. Und der andere Weg ist hier rum, wo ich da über dem Lava komplett jump... Ah, man kann hier kein Petri. Nein, du kannst nicht fliegen. Ja, ich sehe die roten Pieken da hinten, aber... Aber ein Versuch wäre es wert. Ich meine, die Tiere kriegen ja auch keinen Schaden mehr. Vielleicht haben sie es ja... Man kann hier nix schmeißen, ne? Also, man kann hier kein Tier schmeißen. Ich... Also, hier ist wirklich einiges verboten, hier in dem Verein. Ich will meine Türen nicht ganz groß. Ne, lass es. Mach es lieber nicht. Okay, das könnte ich hier hochklettern. Holst du den roten? Ich weiß nicht, wo ich hier unterwegs bin. Ich hüpfe hier einfach mal rum und gucke ja, ich hole den roten. Weil das ist hier... Das ist das für sich der Weg, was der Hersteller, also was der Programmierer wollte, diese Jump'n'Run. Du kannst ja die kompletten Felsen rumgehen. Aber wir haben das auf A-See versuchen und... Aber was haben wir mit dem roten Beacon? Den einen Deodon-Sattel, blauen, Enduro-Stew, ein Sniper-Rifle im Blau und ein paar Metall-Pfeile. Also, eigentlich das Risiko nicht wäre... Nee, nee. Dann, äh... Komm zurück! Äh... Ah, hab ich ja schon. So... Kann ich jetzt nicht von hier darüber hüpfen? Irgendwann... Doch, die kompletten Felsen drumherum, aber wir sind öfter in Slava gelandet, als was eine lieb ist. Okay. Ja, dann wäre jetzt auch nicht so dolle mit dem Frosch tatsächlich. Das ist ja wirklich fiese, fiese Marotte hier. Aber gut, versucht, mach ich noch. Komm mal in die Richtung easy. Hm? So. Da hilft. Aber dass wir hier gar nicht schmeißen können. Aber hier in der Hülle war ich auch tatsächlich nicht. Also, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. So, normalerweise, äh, hier kannst du deine Katze rauswerfen. Ah, es ist nur da das hier irgendwo kann ich nicht fliegen, aber da war mir so, oder wann? Ja, hier stehe ich weiter. Hier kannst du bestimmt deine Katze rauswerfen. Die Katze, warum? Ich guck. Ja, die Artefakten holen. Warum gibst du ihm nicht die Tüla? Weil ich spring vor ihm. Ach so, du gehst mit? Ja. Weil der ist ja gut versteckt halt, ne? Und hinter dem Schwimmbecken, da kannst du die Wand hochklettern. Aber nicht überall irgendwie. Ist noch nicht zurück. Das ist noch eins. Ach so, noch eins höher, ja. Ich will aber irgendwie nicht, wenn ich will. Äh, der ist wieder da. So, und hier oben in dem Saal, da ist der Artefakt. Zack. Ja, und das ist das einzige Tier, der hier, das ist das einzige Tier, der schafft, hier hochzukommen, ohne, dass wir den Weg über den Lava machen müssen. Okay. Bringst du hier einfach in den Pool rein? Genau, ich spring einfach ins Wasser. Ja, mein Armatula hat die Füße aufgeschlagen. Hattest du der Madeleine schon einen Artefakt gegeben? Äh. Stimmt, wir könnten warten, dass es dreimal, das dritte Mal zurückkommt. Ja, das dauert aber eine Viertelstunde ungefähr. Hat er jetzt auch keine Viertelstunde gedauert? Nee, nee, zweimal ZZ und dann ungefähr eine Viertelstunde bis zum dritten Mal. Nee, hör mal, ich war im Ozean und hab fünfmal hintereinander ein Artefakt geholt. Das war im Zwei-Minuten-Takt war dann wieder da. Der liegt da vorn, vorn, vorn. Ich kann's nicht ins Tier reinlegen. Ja, stimmt. Ich hab's. So, warte mal einen Moment. Gibt's hier nicht mal irgendwas zu schnetzeln inzwischen? Kann man da irgendwie hingucken? Nee, da muss man schon für rüber. Ja, und wenn du mit dem Petri fliegst oder ein Agi oder irgendwas, dann bleibt so hier in so eine unsichtbare Wand hängen hier. Genau. Der bleibt dann einfach irgendwo da hängen. Und da ging's nicht weiter und dann bin ich auch nicht weitergeflogen. Ich wusste auch nicht, ob da ein Artefakt ist oder ob da einfach nur eine Riesenhöhle ist, wo nichts passiert. Nee, der ist ein Artefakt. Nee, der ist ein Artefakt. Aber dann Frosch ist ja noch hier, ne? Habe ich hier nicht eingedudelt? Nee, der steht ganz brav und warte auf dich. Ach da. Na dann, sammeln wir den nochmal gerade ein, den Kollegen. Ja, sonst war hier nichts. Mal gucken. Also weit weg, unten waren wir auf jeden Fall. Was ist hier unten? Äh, da sind wir gerade... Da sind wir hergekommen? Ja. Ach da sind wir die Stelle aus dem Wasser raus, ist das hier, ne? Richtig. Ja, richtig, genau. Die Treppe. Ach der ist doch wieder da. Ja, super. Siehste? Aber wir haben auch schon manchmal so lange gewartet, wenn wir ein Otter mit hatten oder so und es hat ewig gedauert. Ja, dann warte mal dreimal. Das ist nochmal perfekt. Super, super. Zack, kann man baden. Zack, kann man baden. Na, der hat sich doch... Bang. So, haben wir es bald. Ich komm ja schon. Ich meine auch, der Smoothie wäre ein bisschen langsamer. Äh. Hm. Wieso? Der Smoothie ist langsam? Links, rechts? Was hätte man gerne? Äh, ich warte auf euch. Wo bist du jetzt hin? Ich bin runtergesprungen. Oh je. Nicht da, nicht da. Ja, nicht da. Ja, das muss langsam, ne? Das muss aber viele Abkürzungen. Genau, da. Hier, runter? Ist da Wasser? Ja. Yay. Für so ein großes Mikaterium macht er erstaunlich wenig Platsch, ne? Falsche Richtung. Falsche Richtung. Da geht's lang. Ich seh dich. Spritmodus? Mhm. Ist da hinten noch irgendwas interessantes? Äh, keine Ahnung. Die ganze Öle ist irgendwie interessant, weil die so riesig ist, ne? Also, hier geht's wieder raus. Wollen wir mal gucken? Äh, Kolo, André? Komm. Dann gehen wir mal ein bisschen umschauen. Noch ein bisschen mehr Schettin kann ich schaden, ne? Wenn ich schon jetzt einen hellblauen Terrezino-Sattel habe, du weißt, was die kosten. Ja. Mhm. Also, ich hab 160.000 Schettin in der Kiste. Ja, die würd ich mir jetzt auf Amis haben. Die schlechten weiß ich auch nicht. Hier ist nix. Okay. Okay. Aber richtig schön, die Hülle. Ja. Und da... Ja, das ist riesig. Ich bin zu schnell, ne? Mhm. Was ist aber denn hier für Blümchen? Oh, und jetzt hab ich keine Schaufel dabei, weißt du? Ich aber. Und Blumentopf? Ne, Blumentopf nicht. Alter, sind Glühdinger. Ja, genau, hier geht's zum Mittelpunkt der Erde. Richtig. Ja, hier kommt so ein riesen Ding, auch mit so einer künstlichen Sonne da an der Decke. Genau. So ein riesen... So ein riesen Areal mit einem See in der Mitte. Die hatte ich letztes Mal gesucht. Aber es sind keine Tiere drin. Auf ASEAN war ziemlich viel Gezähmt hier drin. Stimmt, wir hatten doch hier eine kleine Hütte, oder? Mhm. Also hier ist gar nichts drin. Das ist einfach nur... Lost World. Aber ich sehe wirklich nicht einen Ziegeltieren. Schade. Wir haben da mal... Was haben wir denn je gezählt? Eine ganze Menge, das weiß ich noch. Ja. Und unter Wasser auch nichts? Nee. Also ich sehe zumindest nichts. Nee. Ist gar nichts. Und ich weiß noch, da hinten geht's raus, ne? Es gibt verschiedene Ausgang... Ausgang. Es gibt einmal den da, wo wir gerade auch rangekommen sind, und dann gibt's noch irgendwo noch ein anderer. Hier hinten rum. Ich guck mal eben. Ja, Nicolo, der schleppt schon wieder mal so 20 Kryopods mit alles möglich. Ich hab ihm mal alles bei. Man muss ihm mal für alles gewappnet sein. Was ist das denn hier? Ein toten Manta? Was ist das denn hier? Ein toten Manta? Wie kommt denn Manta hier drin? Hm. Ja. Meine, wir sind, glaub ich, unter Wasser, ne? Also eigentlich sagt er hier Underwater und an manchen Stellen sagt er auch Deepsea, also Tiefsea. Und ähm... Ich flieg jetzt mal hier ans Ende quasi von dem Verein. Aber das ist wirklich alles lebens... Oh, Ölstein. Das ist aber wirklich sehr hell drin, ne? Ja. Ja, oder ist doch nur ein Ausgang. Oder tausche ich mich? Ja. Also hier hinten ist nichts. Ist keiner? Okay. Ich stelle mich hier vor den Höhleneingang. Äh, kannst du die lieber am Wasser stellen? Ich geh mich mal ins Wasser. Hast du mich nicht getreckert? Äh, ich nicht, aber... Ich hab dich. Ich hab versucht, dich zu trackern, das ging aber nicht. Oh, das war eine blöde Idee zu schwimmen. Der ist so langsam. Du kannst auch ein anderes Tier von mir haben, ne? Ich hätte, wie gesagt, noch einen Frosch im Angebot. Ein Tülakoleo. Ähm, die anderen... Ein Terzi. Ein Agi noch. Da kannst du ein Zoo einstecken. Ja, ja, ich... Ach, da hinten am Wasserfall? Ein Weiß immer nie. Ne, wir sind Minimalist. Ach, da ist der Kolo. Na, guck mal. So, dann machen wir mal kurz an dieser Stelle einen Cut, bis Easy da ist. Was? Das sind noch 400 Meter. Ja. Nein, wir machen kurz einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.